Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Battlefield 1. Ich mach gerade mal Aufnahmen nebenbei, ne? Hallo. Mit der Ball ist hier der Ghost. Und der andere Mensch spielt nicht mit. Das ist das andere Individuum. Individuum. Ah, guck mal, die Runde hat gerade angefangen. Oh, guck mal, ein Bike. Guck mal, ein Gegner. Ja, das Bike hab ich ignoriert. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Dann kann ich wieder meinen Driving-Skills unter den Weiß stellen. Ja. Jetzt hier wird angenommen. Wer schieß denn hier? Wer schieß denn? Ich seh keinen. Oh, da ist ein Panzer. Oh Gott, ich sehe ihn. Ach, ein C. Ja. Oh, oh Gott, Gegner. Alter, wie viele da drin sind. Ich bin da reingekommen. Ich wollte wieder alle treffen. Da sind drei Sniper oder so innen drin. Ja, ich bin da vorbeigefahren und musste dann nach... Sagen wir mal nichts dazu. Nee, da machen wir nix dazu. Wir haben gern einen Panzer. Was ist das denn? Oh, frech. Jetzt kommt der... Oh, jetzt sind wir ja Minen da blenden. Ich hab keine Minen mehr. Ich hab Dynamit jetzt. Äh... Wieso bist du eigentlich Druckglieder? Weiß kann. Was ist das hier für ne Scheiße? Ich weiß nicht. So, ich mach hier mal da unten. Erobert das Ziel dort. Alles klar. Panzerjägerkommando ist unterwegs. Wir haben Einsatzzielleiter. Ja, Panzerjäger. Oh, oh, oh. Oh, die fahren ja beide weg. Ja, ja. Hab ich die Mühe war. Hallo, markier doch mal. Oh, da läuft. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wuh, Alter. Von rechts. Ja, da kommen fünf Mann vor uns zum Berg hoch. Alter. Ach, 33 Leben. Granate raus! Egal, dann kann ich schnell auf e-spawnen. Oh, ich hab irgendwie getroffen, ey. Alter. Jetzt hab ich die Panzermine vergessen. Scheiße. Ja, ich hab die Minen nicht drin. Ich hab Dynamit drin. Weil ich damit... Mal noch ein bisschen Action machen muss. Ja, Dynamit... Ja. Und Dynamit hab ich ja drin. Dynamit hab ich drin. Jetzt kann ich bei dir joinen. Doch, oder? Ja. Wunderbar. Panzer! Oh Gott! Da join ich hinter mir! Noch einer! Oh Gott. Oh, Alter. Wo kommt der denn her? Ja, kommen sie direkt bei. Da ist... Die haben drei Panzer. Die haben da... Drei... Drei Panzer. Die haben den Heavy Tank, den Landkreuzer und... Den... 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 Und den Unterstützungsbank. Und den Unter... Die haben alle Panzer. Juhu. Heute läuft. Unser Team macht wieder einen guten Job. Hab ich gehört. Ja. Pull mal schnell die zurück. Ich bin bei denen. Nicht ein Gegner auf denen. Feindliches Rückser gesichtet. Alles klar. Ja, gut. Aber wo? Ach der hofft im Geschütz? Ja. Gut zu wissen. Au, nein! Was? Alter! Er ist aus dem Geschütz ausgestiegen. Er ist dauernd. Ich bin im Geschütz. Ich war eh nicht. Gute. Dead Geschütz. Äh, okay. Die... Die... Kämpen grad auf unserem Sporn. Die kämpen grad auf unserem Sporn. Bray mal die Panzerlaugen würde ich sagen. Und irgendwo einer. Wenn sie mich gleich aus dem Geschütz rausschießen, dann weißt du was schon. Ja, da stehen noch ein paar Mädchen nicht rum. Das heißt ja nix. Kennt ihr doch die Leute. Hm. Oh, oh, oh. Nehm mir das Panzer. Nehm dir das Panzer. Wo bist du denn? Wir haben Einsatzziel Albert. Alter, jetzt haben sie mich rausgesprengt. Alles klar. Mit der Panzerabwehr kann man heute. Sind wir aber den... Wieso ist der Einsatzpunkt nicht verfügbar? Ich hab doch hier... Ach, ich hasse das, wenn andere den Panzer kriegen, obwohl du ihn auch auswählst, ne? Ich hab jetzt einen gekriegt. Da? Was? Ja, da ist... 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 Ja, da ist die nicht auswählen. Ne, der erste ist, äh... Gott hat Gott weg und dann ist der... Der zweite direkt danach, äh, verfügbar irgendwo. Ja, das war wahrscheinlich meiner, den ich nicht wählen konnte. Ja, wahrscheinlich. Alter, mit drei Panzern auf. Geh, ihr kleinen Ficker, ernsthaft. Panzer down. Ne. Oh, ich hab einen Service da auf der Panzergranate. Hahaha. Alles klar. Aber jetzt hab ich keinen Gnaden mehr. Ja. Die Skills mit dem Panzer kommen jetzt wieder. Wir haben Einsatzziel David verloren. Ich hab den Landkreuz immer angezündet, weil ich kann. Boah, jetzt werd ich auch noch angesniped. Danke Mädels. Ab dem Landkreuzer. Nice. Ach, ich muss hier jetzt ein Panzerjäger wieder genommen, oder was? Was hab ich? Panzerjäger oder ein normaler Skid? Ne, der ist ein schwerer Panzer. Flammenwerfer. Ah, dang. Miesers Liebling. Vorsicht, wir haben das Einsatzziel Albert. Oha, das ist ein Hit. War das ein Hit? Servier. Mach hier mal E. So, ich. Jawohl. Ja. Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen. Verteidigst das. Ich mach hier. Das ist der. Ja. Da bin ich. Ja. Was? Wo kommt das? Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Ja. Ja, da wo ich drauf schüsse. Ja, da wo ich drauf schüsse. Das wäre einer im Rand auf jeden Fall, wenn der noch lebt. Ja. Oh, eins erzielt. Jetzt will ich auf der anderen Seite. Ja. Ja. Erobert, das verdammte Ziel. Mal ausschalten, nach Minen. Ja, die ganze Flugzeug fasziniert verkehrt. Ja, wir haben ein paar vom Himmel geholt, ne? Ja. Davon ist der Heavy Tank, ne? Was? Ein Speyer! Wir haben Einsatzziel. Bertha erobert. In der, in dem, in dem Dings drin. In dem Tunnel. Ich hab doch eh keine Springwaffe. Was mach ich hier überhaupt? Der steht da drin. Was? Sanitäter! Da! Ich lebe ein bisschen auf dir. Ja. Ich seh einen Sanitäter! Sehen wir noch da drin? Ja. Ich hab den Eidner in sich. Oh, kein Eidner da. Nice. Das will ich auch bringen, wenn du snipen würdest und dann irgendein Döhler in eine Brandgranate da schmeißt und du siehst aber nix mehr und musst dann weggesnipen, weil die Gegner dich perfekt sehen können. Komm mal wieder zu A. Wir haben Einsatzziel Chaser erobert. Die A-C-Aktion. Ja. Pendelerei. Oh. Heavy tank war raus. Au. Übernehme ich das mal ein. Panzer in Sicht! Oh. Ich glaub da hast du wohlfachtig. Feindlicher Panzer! Oh ne. Ich hab keinen abgebild. Nein, ich hab keinen abgebild. Nice. Er brennt. Gib ihm. Gib ihm. Ich hab keine Munizung mehr. Ich hab keine Munizung mehr. Die auch nicht. Aber ich hab keinen Abgebild. Zielbertha verloren. Ja, noch ein Viertel hab ich. Nice. Ah, ist kein Gegner bislang? Wir müssen das Ziel erobern! Guck mal, ich fühl mich ja voll zu Hause in dem Erd noch. Nee. Alter, reicht. Achtung! Rechts! 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 Feindlicher Sturmsoldat! Seid vorsichtig! Oh Gott! Links sind zwei Gegner. Noch einer an dem Feld, hm? Ja. Alles klar. Wollt er mich da treffen? Ah! Jetzt kriegst du Damage, jetzt kann ich dich nicht joinen. Super. Ja, wann ist das denn eigentlich so? Wenn der Panzer... Panzer erschein ich nicht, das war das sonst nie. Alter! Alter! Das Verlückte hat mich grad gerannt. Ich hab grad'n Fahrzeug zerstört. Ich hab's gemerkt und ich hab' Fahrzeug... Oh, in dem Haus ist einer drin. Ich krieg' ja von links Damage. Hinter dem Spot in dem Haus ist einer drin. Mit der Sniper. Gott! Machinengewehr eindeutig feindlich! Ah! Haftmine! Drecksack! Drecksack! Ha! Das ist ganz schön kacke! Du bist grad noch joint. Ja, ich würd' sagen, da wurdest du... ...gekillt. Ja, ich hab' den noch gesehen und... Aber der hat... Der stand halt noch so... ...zwei Meter weg oder so. Die Haftmine kann ja eh nicht so weit schlafen. Ja. Hm, hm. Aber von oben hat der einer mit der Panzerbüchse die ganze Zeit geschossen. So ein blödes Sand. Echt? Guck mal, ey, hier, der war das. Alter, was?! Na, ist klar. Das Bar, ey. Das Bar des Todes hat mich weggemacht. Der stand links. Du hast ihn gar nicht gesehen. Der stand an der Mauer. Einer?! Oh, sind jetzt viele?! Ja, die... Ach, jetzt ist einer hinter mir und messert mich. Wow. So schnell wie die übernehmen, sind dann ein paar mehr. Ja, das sind 6 Wann gewesen oder so. Vor allem wir auf den Spot direkt. Ähm. Ähm. Wo guck ich denn hier raus? Guck ich hier nach oben oder was? Alles klar. Wo bist du? In dem... In dem Landkreuzer. Unterstützungsding oder was? Da war ein Plötzrei. Ja, ja, der stand eben so... So schnell, dass ich nach oben geguckt habe. Da ist ein Tank dabei. Ich unterstütze das Panzer jetzt. Ja, ich weiß. Aber da können wir wenigstens bis dahin mitfahren. Ich dachte ich mir so. Ja. Wir sind ein bisschen safe bis dahin, ne? Ja. Vielleicht hat er über eine Mine. Extra kill. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Oh Alter. Oh. Siehst du? Du warst das eben auch. Da geh auch hin. Alles klar? Alles klar? Ah ja. Ich geh mal raus. Ich glaub da mal hin. Oh Alter. Nein. Oh. Rechts läuft einer. Oh Mist. Rechts läuft einer. Ja, oh. Oh Gott. Alles klar. Ich glaube ich noch 40 live. Ab. Ja. Ja. Ich hab... Ich hab echt... Irgendwer snapped. Was? Woher? Von wo? Ich geh da oben auf dem fucking Felsen. Über dem Panzer auf dem Felsen direkt. Ich join bei dir wieder. Alter. Hier war eine Stoiber. Oh. Lass den Panzern. Kannst du bei mir joinen? Ah nee. Du bist schön. Ich sag erst mit dem Sniper der hier oben liegt. Hallo. Weil... Wir haben Einsatzzielwerter erhobert. Ich komme schnell nicht hoch. Muss schon sein. Nee. Lanz halt da an. Wenn da er landet, pull ich das auch da an. Alles klar. Alter. Ja. Küpft doch nicht so viel rum. Wo schießen die denn schon gar vor euch? Da ist irgendwo einer mit der Panzerbüchse. Ich seh den aber nicht. Ja. Da sitzt einer mit dem hier. Was ist denn hier? Wir haben Einsatzziel Bertha. Gott. Ich hab dir wieder im Haus neben mir da. Da braucht die ganze Zeit einer. Oh nein. Alter. Oh was? Da kam einer mit der MP18 graben. Der ist jetzt in dem Haus wo ich drücke. Ja. Ich hab's gesehen. Ja. Oh wir verlieren C. Das ist ein Tank bei C. Stopp. Und wir verlieren A. Ja. Ach shit. Panzer nehmen können. Na ja. Mein Panzer. Ah Mist. Ja. Hätte ich das nicht früher sagen können. Jetzt bin ich auch gespawnt. Ja. Ich hab's nur gesehen wo ich schön rein in die Zoom bin. Da bin ich auch. Aber nee. Ich hab grad Doppelkrieg drauf gemacht. Da war noch eine Sekunde und dann. Ach so. Das ist ein leichter Unterstürzungspranzer. Das ist ein leichter Unterstürzungspranzer. Also ob es da ist. Der ist da ist. Aber der ist hinten am Hinterausgang ne? Ja ja ja. Der fährt dort rein. Tiefer. Oh Sichtungsbonus. Was? Ah ist irgendwas zerstört. Wurde irgendwas zerstört. Wurde irgendwas zerstört. Oh. Ob ich von der Seite aus hier hin komme zu dem Panzer. Der ist down. Ach der ist down deswegen am Problem. Ja ja. Hier wird hier drin. Der Moped. Halbzeit. Der Feind hat die Oberhand. Go for it. Der Panzer hier ganz Quadruhen voraus. Ehhh. Loll. Jetzt beide Hedgehoids. Schwerer Panzer. Schwerer Panzer. Du sprichst halt einen halben Kilometer vorher raus. Ach so. Nee nicht mit ihm. Nein, oh, da kommt so ein Assi mit der MP18 von unten. Ich habe es gerade auch gesehen. Hinter mir. Ja, ja. Warte, ich kann dich vielleicht wiederbeleben. Was? Achso, na, ich bin schon. Ach, nee, das bist ja gar nicht du hinter mir. Oh. Ich dachte, die Leiche wärst du gewesen. Jetzt steht der Tank halt genau da, wo mein Dynamit liegt. Das war unglücklich. Ich habe ihn deaktiviert, aber nicht zerstört. Ja, ja. Ah, Alter, der schießt ja gerade an dem Supporter von mir vorbei und trifft mich, ey. Ich habe auch noch 2.30. Zerstör den Panzer, komm, zerstör ihn. Panzer! Oh, ne Mädchen hier bei mir. Aber unser Panzer macht ihn jetzt weg, oder? Ja. Er ist down. Fahrer hat es ausgestiegen, rennt weg. Hab ihn. Hey. Das ist ja nicht so schlecht. Auf zu aah. Auf zu aah. Also im hinteren Haus hockt auf jeden Fall die ganze Zeit ein Snipes auf dem Arm. Oh, ne geile Granate. Oh, oh. Der sitzt doch auf dem fucking Berg, glaube ich. Oh, da ist auch keiner drin. Nee, der sitzt auf dem... Ja, ja, auf dem Berg sitzt der Sniper. Oh, da ist ein Panzer. Direkt auf A. Direkt auf A. Oh, leu. Oh, leu. Alles klar. Das ist auch ein Landkreuzer. Gut, dass ich jetzt, seitdem ich kurz mal Medic war, die ganze Zeit Leute neben mir zum Resten sehe. Obwohl ich sie nicht resten kann. Alles klar, wieder hier. Willige. Shit. Ja, gut. Wollen wir die Zentner nehmen, ey. Doch, der Panzer. Was ist das? Ich weiß nicht, ja, tot. Nein. Ich brauch Muni, oder was. Oh, hinter dir ist noch ein Panzer. Ja, ich weiß. Ich laufe gerade den Landkreuz an, der. Ja, der Panzer ist umgefallen. Nein, lol. Aber der kann sich dann, wenn der komplett umfallen. Aber er dreht sich wieder auf dem Fuß. Ja, der hat den Fuß. Ich laufe gerade im Landkreuzer, der. Ich hab keine Muni mehr. Ja, ich liege hier in so einem Graben, weil ich nicht, ich hab halt nur noch Muni für die Waffe, ne. Aber keine Granaten mehr. Der ist ein Panzer. Der liegt schon wieder da oben auf dem Busch. Oh, ein Todverkehrzeuger. Das ist ein Panzer. Ich hab keine Muni mehr. Wir haben das Einsatzziel, alle haben verloren. Ach, Muni! Ach, Muni! Ach, Muni! Wenn das noch nicht voll wäre, äh, noch nicht mehr voll wäre schon, dann würde ich wahrscheinlich auch den erspähen, weil das nämlich zu viele Leute ist. Oh ja, rechts, ne. Ich mach mir ne Granade. Halt war Pistole. Ich muss in der Kamera raus. Und dann. Ah, mit der Axt! Ha, 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 ha! Ja, mach ich aber auch. Ja, mach ich aber auch. Und da ist ein AT-Wagen. Ja. Oh Gott. Ich wurde von der Bar weg. Au! Oh, da steige ich aus, da werde ich von der Bar weg. Okay, mal. So, bist du gerade in dem Panzer gespawnt? Ja, ja. Ich bin ausgestiegen und neben mir ist ne Panzermine explodiert. Das ist auch geil. Äh. Nicht weiter in dem, in dem Tank. Alter. Jetzt spawn ich wieder drin. Spawn ich als Fahrer und unter mir liegt ne scheiß Miene. Oh mei. Um 10 Kills zu machen mit den Nachkampf. Zwei Panzer auf A. Ja. Ein Unterstützung und ein Schwerer. Und oben auf. Ganz oben, über A, nördlich. Äh. Mit der AT-Wagen außerhalb der Welt. Was? Au! Hä? Der hittet mich. Ich hab keine Ahnung. Ich hab fast nicht gesehen, den Typ. Der lockt da. Ich hab den nicht gesehen. Hm. Der, der, ich, ich hab schon gesehen wie er mich so einvisiert hat. Ach du. Lalalalalala. Ich hole die Snipe. Von wo? Ah, irgendwo rechts. Berghoffter. Das ist der Bergdokter. Haha. Im Berg hofft er. Alter, da oben. Alles klar. Eika. Jetzt vorne, ich bin nicht direkt im Brett drin. Ich hab nur zu stehen. Alter, wie ich ihn, wie ich ihn weggemacht habe. Alles epic. Naaaay. Wenn hier das Moped nicht stünde, äh. Da drüben, Sperr! Alter! Und jetzt stirbst du direkt vor mir? Oh mein Gott. Was? Das sind übelst viele Leute, das ist nicht normal. Oh, M.G. Okay. Wieso hast du den jetzt schon wieder einen hin? Mit dem Revolver? Die immer hinter einem sind, auch einmal. Oh. Ich vermine jetzt erstmal die ganze Straße. Das Schöne ist nämlich, an dem leichten Flankierpanzer, du kannst so viele Minen liegen, wie du willst. Hm. Oh, dann lässt du dies bohren. Naja, du hast ja den schönen kleinen Panzer. Ja, den hab ich jetzt mal hinnehmen. Der ist halt gegen Panzer. Drei. Okay, Panzer vor mir. Ah. Wenn ich die von hinten an... Was ist denn das für einer? Der, der schwere? Unterstützungs-Panzer. Ah, so. Ich muss mal hauptisch... Wenn ich mit den Tardingern eigentlich den Panzer irgendwie... Ernsthaft schee? Sechs schau. Aber ich hab mir den natürlich angekillt. Sanitäter, da! Ich hab hier einen feindlichen Speer! Da steht drinnen. Also wenn du da jetzt rein... Kannst du hinter dem... Mach ja. Und ihn schrocken. Ah, der hat sich schon umgedreht. Der hat den, der hat den anderen Panzer. Der macht mir halt Damage. Ah, der stimmt da. Der schwere Panzer hinter mir, alles klar. Ach, da ist doch... Den hab ich natürlich nicht gesehen. Der hat halt den normalen Unterstützungs-Panzer mit der Kanone. Dann machst du natürlich nichts mit der Flak. Ach so. Ja. Also machst du... Du machst natürlich Damage. Und du lädst halt ziemlich schnell nach. Für mich machst du dem genauso viel Damage in der selben Zeit wie er mit einem... Alter, rechts ist es einfach... Oh, was denn? Da kommt schon wieder so ein MP-18-Typ, ey. Das war schlecht. Ich stehe jetzt... Oh, wir gewinnen. Hey. Ja, wir gewinnen noch. Aber wenn wir gleich den Vorsprung im Wärterhaus bauen, dann kommt gleich noch das Luftschiff. Jetzt bin ich jetzt weil D ist gebohnt. Ich wurde bald... Alles egal. Egal. Wir holen uns aus dem Ziel, ja. Herr Oberti, ist das Ziel? Look down. Fahr doch drüber noch über den Panzer. Alles klar, wo? Sturm soll das in sich weiter! Wir müssen noch an den Kanonen Platz rein. Ach so, ja. Ich bin schon, oder? Ich sehe ihn nicht weiter. Panzer down. Ah, da kommt von hinten wieder ein Sunny mit dem Selbstlader. Ich kotze ins Essen. Alter, ich hab nen Feind getötet mit der Panzerweckung heute. Was? Arme Essen. In Hunger. Ich hab auch Hunger. Ich hab von gestern ab... Ich hab mir gestern... ... gestern abends... ... ähm... Waffe deaktiviert. Waffe deaktiviert. Naja, ich hab zwei Granaten raufgekommen, aber wie nur einen Hitmarker bekommen. Ich hab den Waffe deaktiviert. Oh, noch bei dir. Ich bin... ... drin. Oh, ich geh rein hier ran. Oh. Wo ist der Panzer? Der steht im Ausgang. Ach so. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausrenne, müsste es klappen. Dann fährt wieder rein, glaube ich. Da kommt noch ein schwerer Panzer. Also... Oh, ich seh's. Also... Und die Damage. Boah, hat der an mir vorbeigeschossen. Nö, Junge. Was? Ist der Spieler an dir vorbeiger... What? Ich hab's gehört. Naja, der ist an dir vorbeigecharged. Au, nein. Was? Oh, der fucking Typ mit dem... Ah! Immer werd ich von so nem Sniper-Sandy weggemacht. Weißt du, dass die nur noch rumsnipern, diese Ficker, die gehen mir auf. Ein weindliches Luftschiff ist unterwegs. Die gehen mir hart auf die Eier, ne? Rechts neben dir ist einer. Und da kommt ein schwerer Panzer jetzt. Oh Gott! Was ist das nicht? Oh, er ist halb down. Er ist gut beschädigt, er ist down. Ah, eigentlich viel. Au! Ah! Mit dem Revolver! Hab ihn! Ja, der hat mich... Ich hab... Damage gekriegt durch seine... Seine... Dingsgranate? Soll ich seine... Wie heißt denn halt? Seine... Wir gewinnen! Ne, der... Hier hat so ne... So ne... Gewehrgranate. Boah, ach die! Ja, die explizierte beim Aufbreiter. Kannst ja nicht mehr weg sein. Mh... Egal wirklich. Ein feindliches Luftschiff ist eingetroffen. Ein feindliches Luftschiff ist eingetroffen. Ja. Hab ihn. Der hat mich mit zwei Schüsse... Der hat ja damage gedrückt. Ja, der war wohl über über damage. Was ist das Ding? Hier ist ein Landmark vor mir. Ist der down? Noll, ist der down? Ne? Ne? Ne, egal. 3 Punkte. 2, 1, 2... Oh, da war noch einer, den wollte ich noch machen. Was? Er kam gerade von unten. Er steht da neben dir. Ja. Das war nicht schlecht. Ah... 19, 20, was? Ja, ich hab 20, 17. Also 14,000 Punkte kann man mal machen, ey. Nicht schlecht. 13,000? Oh. Mal gucken wir uns mal die Auswertung noch an. Ach, guck mal hier. Battle Pack, komm. Komm, superpaar Battle Pack. Wenn es mal so leuchtet, denke ich immer, ich krieg eins. Ja, ja. Hab ich auch gekriegt. Wer kriegt da eins? Und ich nicht. Yay. Ja, das war doch... Das war worse. Guck mal, wir haben jetzt zu zweit 31.000 Punkte gemacht. Das geht doch. 17.000. Ja. Komm mal mit gehen. Dann bedanke ich mich fürs zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.